so 75 einfluss das hätte gereicht für die nächste stufe und noch mal 100 einfluss und wir haben das nächste gebiet freigeschalten noch ein besiegter magier heute ist ein guter tag die anderen magie werden jetzt von uns wissen ab sofort müssen wir diese sache ernster nehmen haben wir sie nicht schon ernst genommen ich schlage also vor dass ihr das beste aus der situation macht sieht nur ein weiteres gebiet wurde freigeschalten anscheinend habt ihr zugang zum östlichen teil windhaft schöner ort aber für meinen geschmack etwas zu windig die orte erscheinen eine art kommunikationszentrum und eine alte elfenruine zu sein merkwürdig gut also wir haben das elfenloch gereinigt sozusagen weg mit der info und haben dadurch den zwergen jetzt endgültig den weg hier geebnet also ja die gnome verstecken sich immer noch in den wäldern aber die zwerge sind jetzt die standen vorher schon hier er ist neu der jung zwerg ist neu und der bergarbeiter zwerg ist auch neu ja so viel hat sich geändert im süd mit land und damit haben wir auch mit land abgeschlossen gut gucken wir erst mal wir haben den grünen kristall wenn ihr den grünen kristall habt solltet ihr euch nach ost windhaft begeben und wir haben genug einfluss für den genialen prinzen das gibt uns einen forschungsbonus und mit 250 mehr einfluss können wir die erleuchtung freischalten und dann werden wir sehen ob wir noch mehr punkte kriegen um fertigung freizuschalten weil ich bin mir echt nicht mehr sicher ob man nur fünf punkte kriegen kann und der max level ist oder ob man danach noch mehr punkte kriegt um die an um noch mehr boni freizuschalten wäre nett aber ich bin mir nicht sicher okay gucken wir uns jetzt mal ost windtal an windhaft das kommunikationszentrum die elfenruine aufgrund der ebenheit dieses geländes fingen die starken meereswinde dieses meer hier über das gesamte windhaft das land besteht hauptsächlich aus hohem gras geysieren und flachen ebenen das felsige gelände steht für zwei keine hindernisse da die wert des großen königreichs über und unter der erde große städte bauten wir haben hier einmal das kommunikationszentrum das ist die neue gefahrenzone mit dem grünen magier die wir jetzt vorhin auch in der cutscene noch gesehen haben wir mit den anderen beiden magiern also wahrscheinlich dem magier hier und dem magier hier kommuniziert hat und hier oben ist halt die haupt zitadelle er bewacht den orangenen kristall den brauchen wir wahrscheinlich für das gebiet hier und den gelben dann für das gebiet hier sieht jedenfalls gelb aus also gefahrenzone die ehemalige zwergenhauptstadt von windhaft die zwergischen kundschaft haben berichtet dass dieses gebiet höchstwahrscheinlich in ein kommunikationszentrum für die magie verwandelt wurde der besitzer dieses gebäudes erhält einen enormen strategischen vorteil und dann hätten wir noch die elfenruine vom ostwindhaft ist ziemlich überwuchert so wie es aussieht die elfenruine dies war zur gründungszeit des großen königreichs eine elfenstadt und zugleich die größte siedlung die die elfen außerhalb mittlands errichteten ihre einzigheitlichkeit beruht auf dem verwendeten baustoffen denn statt holz wurden hier nur mineralien verwendet die stadt erstreckte sich hoch über dem boden und tief darunter nachdem zwerge und elfen eine bündnis geschlossen hatten wurden die oberirdischen bauten zerstört warum auch immer doch die gerüchte über die großen reichtümer die darunter immer noch verborgen liegen sollen sind nie verstummt ja ich würde sagen wir beginnen mit der elfenruine dort gibt es mal wieder eine neue waffe und neues zepter für den prinzen nachdem wir ja hier im nordpass die letzte neuen waffen für ihn gefunden haben auch wenn er nicht wirklich damit kämpft sondern immer weg rennt dafür müssten wir wirklich den kriegerprinzen freischalten aber das will ich nicht wirklich den prinzen in den kampf schicken gut also geben wir die elfenruine so ich hoffe es sind alle da wir pausieren mal kurz hey wir kriegen sogar mal einen besseren thron cool zwergenhort ist wie immer stufe 1 pause habe ich gesagt ja erstmal natürlich forschungsschwerpunkt für bessere forscher vater wir sind an dem von euch erwähnten ort eingetroffen hervorragend dies war noch eine der uns bekannten großen elfensiedlungen so weit nördlich ich dachte sie hätten nur in mittland gelebt das tut nichts zur sache wie auch immer mehr sind die wir sind gerüchte über eine große elfen festung irgendwo dort unten zurückgekommen unter der erde eine unterirdische elfen festung jawohl in der tat ihr konntet zwar nie finden aber euch wird das sicherlich gelingen stellt euch nur all die schätze frau ich will gar nicht wissen was ihr getrunken habt gut da wäre der weg nach oben wieder mit ein paar wölfen und sehr wenig land diesmal und einem kleinen goldschub für uns ja das zeug zu verkaufen bringt absolut nichts das einzige was wirklich was gebracht hat war die feuerstelle jetzt gerade da wäre etwas eisen das würde ich gern mitnehmen genauso wie den stein hier ja vergrößern wir am besten gleich mal den raum hier ein bisschen da müssen wir auf jeden fall die richtung vergrößern für die speise kammer das schlafzimmer etwas vergrößern wie viele bergarbeiter zwerge haben wir zwei wie immer und auch zwei krieger zwerge ja den raum müssen wir definitiv ziemlich viel größer machen nein ich würde das nicht abbrechen so den thronsaal können wir nach hinten etwas vergrößern und dann könnten wir theoretisch hier eine abzweigung machen und hier noch einen raum hin bauen wo dann die forscher arbeiten ja hört sich alles ganz gut an ich muss nur aufpassen dass ich hier nirgendwo in achso du buddelst hier oben okay dass ich irgendwo in einen raum reinbuddel so wie die hier drüben oder die hier oben da ist wirklich schön viel eisen so währenddessen werfen wir mal einen blick auf die quests wettlauf zum schatz dass die seite der größten größten bekannten elfensiedlungen ist sollten zumindest ein paar schätze übrig sein dürfte interessant werden immerhin haben wir noch nie einen elfenschatz zur besicht bekommen am wichtigsten ist aber dass dieser orkschamane den schatz nicht vor uns erreicht wir müssen die schatzkarre vor ihm finden wir sollten sie von unserem thron aus ausgesehen ausgesehen auf der anderen seite des gebiets suchen mal sehen was wir hier finden okay mit einem orkschamane um die wette laufen schatz verstecke wir zwei lieben schätze besonders solche die wir mit unseren feinden besonders die wir unseren feinden abgenommen haben ein elfenschatz wird uns bestimmt großen ruhm einbringen wir sollten hier in der gegend auch nach vergessenem schatz verstecken ausschau halten ok puppe für übungspuppe 15 übungspuppen gebaut das kriegen wir hin soldaten werden immer bemühtigt und besser ausgebildete soldaten gewinnen mehr schlacht wir sollten dafür sorgen dass unsere soldaten jederzeit übungsmöglichkeiten haben dass wir zu diesem zweck ein paar übungspuppen brauchen 15 sollten reichen oder graben dort wo es nicht geht 300 und dicken böcke freigeschätzt warten wir kurz kleine zwerglein graben macht euch spaß nicht wahr wer ist da gibt euch zu erkennen dieser schamane war zuerst da wenn wir fertig sind werde die nur noch trümmer und andere überreste finden dann werden es alle erfahren was was werden alle erfahren dass orks besser als zwerge graben und zuerst beim schatz waren das reicht jetzt kommt schon zwerge wir müssen unseren guten namen verteidigen ich dachte euch interessieren nur schätze ja toll woher soll ich jetzt eigentlich wissen wie weit die goblin der orkschamane ist mit seinem raum wenn ich so nein so könnte ich den raum etwas breiter machen ja sehr schön so tun soll nach hier es tisch direkt gegenüber wand leuchten hier und hier hin und dann kann ich schon mal hier anfangen den boden etwas auszukleiden forschungspunkt ach so weil der prinz einfach cool baumeister du baust mir schon mal einen geleerten stuhl der kostet ja gar nichts der erste und einen erntelstein habe ich überhaupt schon einen arbeiter ja ich hätte einen arbeiter so dass die jungs gleich anfangen zu trainieren da wir übungspuppen bauen sollen gibt es mal gleich zwei übungspuppen für meine beiden soldaten und dann und dann und dann Oh, Tourmalin. Tourmalin ist immer gut. Er hat den Waschungstisch gebaut und ist schon müde. Ja, guck mal, wir haben schon dank des Prinzen... Hm, Silber ist auch nicht schlecht. Also, ja, was ich gerade sagen wollte, wir haben schon dank des Prinzen, des passiven Forschungsbonus, haben wir schon wieder ein Viertelforschungspunkt. Das geht ja ratzfatz. Genau, du gehst bitte wieder an die Arbeit. Hier ist auch noch Silber. Und ja, der Raum ist eigentlich übertrieben groß. Hier könnte ich eigentlich eher eine Schatzkammer reinbauen. Oder ich baue die Schatzkammer nachher hier drüben, so um die Ecke, weiter nach hinten. Ich wäre mal froh, wenn einer von den Zwergen das hier ausgraben würde. Na ja, gut, machen wir erst mal hier den Raum fertig. So, mit Boden fließen. Sagen wir jetzt bitte nicht, dass das alles... Ah ja, da ist noch ein bisschen Ding, äh, Mutter Erde. Ach, jetzt bitte... Aber ich bin sicher ist es, eben, ich bin sicher einiger Typ. Ganz spannend, das ist eineлерbauté идеale etwas anderes fait, das ist es das, es ist es, der ich zu setzen. Wir werden alle damit ein paar Sachen abz fauchen, Ich bin schon ziemlich gut. Vielen Dank.